Auf jeden Fall Weiße Der erste Bildungsweg wird mir dann verwirrt Auf dem zweiten Bildungsweg Wenn du Vollabitur machen willst Dann musst du eine dreijährige Ausbildung Oder zweijährige berufliche Tätigkeit Nachweisen Beides konnte ich nicht Weil ich muss ja erstmal den Abschluss erstmal Den Realschulabschluss Erstmal Hauptschulabschluss Klasse 9 Und dann Realschulabschluss nachholen Also alles Ich muss von ganz unten Von ganz unten mich wieder hoch arbeiten Wenn man die schon an den 9.30 Weil ich In den 9.00 psychisch So massiv Angegangen wurde Ich wurde Weißt du Das war eine Die hatte keine Skope Mit mir Dinge zu machen Die hat mich bedroht Und erpresst Und ich hatte auch nicht dem Scheiß Ich hatte auch nicht dem Spaß Denn die hatte wirklich bedroht Und erpresst Die hat jedes Mal Genötigen erpresst Wenn sie ihren Willen wollte Dann gehst du ein Dann kriegst du einen Nervenzusammenbruch Dann kannst du nicht Dann hast du keinen Bock Dann gibst du einen Scheiß drauf Dann ist doch klar Wenn du irgendwann Von den Noten her Von den Leistungen Irgendwann abrutschst Wenn du irgendwann nur noch Ein Abschluss Sagen wir mal Noten Von 4, noch was Und 4,5 glaube ich 4, irgendwas 4,5 5, irgendwas Glaub ich Wenn du nur fast nur 4,5 hast Weil du so kaputt gemacht wirst Weil es gibt Weil es gibt so Leute Die holen sich darauf Ein runterlehrer zu sein Und ihre Machtposition Ausnutzen zu nehmen Und die hat ihre Position Immer ausgenutzt Und deswegen glaube ich Bis heute noch Bei allen Dingen hinterher Weil wie mich das aufregt Da kann ich nicht jedes Mal In Garage reden Das sind so Leute Würde ich wirklich den Kopf abreißen Für das was sie mir angetan hat Das war so eine Sadistin Und dann gibt es noch ein paar Leute Die holen sich einen runter Was anderes zu sein Als ich weisse Das war so eine Scheißzeit Da kann man sich denken Weshalb ich auch psychologische Hilfe In Anspruch nehmen will Und weshalb ich nicht Weshalb ich heute Zum Teil bis heute Nicht den Kopf frei habe An meinem eigenen Projekt Mein Spielprojekt Wieder weiter zu arbeiten Man merkt An meiner Stimme An dem Todfall Dass ich immer noch so sauer drauf bin Weißt du Das ist so eine Scheiße Ist so eine Scheiße Mir fehlen bis heute die Worte Das war so eine kranke Sadistin Das war so eine kranke Sadistin Boah Weißt du Aber ich bin mir immer getriggert Wenn ich hier satz er hat bei jahrspartig und kicken abzug auf mehr so wie mit den mittelfinger zeigen also also die geschichten nach einem jahr habe ich mit viel glück tatsächlich doch noch jemanden gefunden der mich über den nennen darf ich wenigstens was irgendwie noch geschafft so kurz vor knapp irgendwie noch nach fast einem jahr endlich mal doch was finden so ist das halt deutschland das ist deutschland nach fahrkräften jammern aber niemanden nehmen wollen ich trinke erst mal einen kaffee zum sonnenuntergang eine stunde 37 er muss erst mal ein bisschen runter kommen die sonne so das gehe ich erst mal her das war so eine verfickte sadistin weißt du ich gehe jetzt zu kaffeemaschinen machen wir erst mal neuen kaffee bei der kaffee alles also ich also ich also erst mal eine kurze pause und also wieder eine kurze pause nicht klopause sondern kurz und ich komme gleich wieder also bis gleich so jetzt bin ich wieder da das war mal ein reizthema ich versuche jetzt mal ein bisschen die kontinence zu bewahren auch wenn ich mir immer noch ein bisschen aufgeladen bin wenn man sich ein bisschen noch hört und ja ich muss das mikrofon machen ein bisschen ich mach mal das mikro hin weil so zu jazz naja gut die musik ist irgendwie jetzt gerade zum thema irgendwie so aber weiß nicht weiß ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich weiß auch nicht was ich sagen wollte so so was wollte ich jetzt eigentlich mal was wollte ich denn eigentlich mal ich wollte glaube ich die bäume ne wie spät haben wir denn eigentlich guck mal auf die ume ja gut geht er noch geht er noch 1 45 läuft die aufnahme also wenn man die beiden pausen mit einbezieht weil ich also die aufnahme in voller länge obwohl ich könnte ja noch den ne du weißt dass du nicht hingehörst du kapppflanze so anti kowski so äh alles verschleiß all temps was sag ich was nehme ich denn da so schönes so mit dem hier mit dem hier weg hä hallo also also diese eine kranke sadistin ne was ich von ehemaligen mitschüler jahre später unter anderem mal mitbekommen habe die hat versucht leute zum schulabbruch zu erwähnen du du ja weißt du brich die schule ab du schaffst das doch gar nicht so eine geschichten so eine geschichten so eine war das die überschätzt sich selbst die ist maßlos arrogant und selbst überschätzend und anmaßend so und so geschichten und dann meint sie noch sagen können unter anderem ich will jetzt nicht zu viel ausquatschen damit keiner so schnell rückschlüsse draus ziehen kann wer wohl gemeint sein könnte ich glaube zwar nicht dass einer von den leuten die mich damals kennengelernt haben dass ihr schaut ich oder ich gebe zumindest erstmal per default bei der geringen zuschauerzahl erstmal nicht aus aber man kann ja nie vorsichtig genug sein das ist ja das internet ja so auf jeden fall äh erde achso ich hol mal erde achso na ähm du brich doch die schule ab du schaffst das doch gar nicht hör doch auf such dir am besten gleich sofort mal ausbilden ich helfe dir auch dabei unsere geschichten oder du brich den kontakt mit dem da ab der oder der oder die die sind nicht der richtige umgang für dich dann mach ich dir sogar noch an zu sagen der und der und der wir seien nicht der richtige umgang Leute die eigentlich von Grund auf vernünftig sind die nicht nur meiner Ansage obwohl die ganze Klasse sagt hier so ja die sind doch eigentlich ganz vernünftig die oder der die so eigentlich ein vernünftiger umgang ist ein ganz normaler vernünftiger mensch aber diese eine sagte so nö die ist nicht der richtige umgang weißt du die ist so eine 50er jahre Spießbürgerin Spießbürger 50er Jahre humorlos trocken und einfach nur tot ernst und dann soll alles jeder nach ihrer Pfeife tanzen es war kein Unterricht es war Diktatur es war meiner Meinung nach Diktatur wenn ich zum Beispiel wenn ich zum Beispiel hier bei ich will ich will jetzt nicht irgendwie was als blödes Beispiel ranziehen aber zum Beispiel Pete Smith kennt ihr ja Pete Smith ne? frag Pete Smith diesen Kanal wenn ich zum Beispiel so Geschichten von Christian Stachelhaus zum Beispiel höre Christian Stachelhaus oder Christa oder Chris von Pete Smith wenn der macht hier so äh spielt Fußball äh spielt mit einer mit einer Milchschnitte Fußball oder so und dann so die Geschichten und der du was ja noch für eine tolle Schulzeit hatte anscheinend eine lustige Zeit ne? wo Peter Brammen ähm Christo ne relativ normale Zeit hatten also die kann ich echt dafür beneiden dass sie so ne normale Zeit hatten während Leute wie ich auf einer anderen Schule so ne Affenpisse ihr erleben mussten also manchmal könnte ich heulen wenn ich merke wie normal es eigentlich gehen kann weil als ich an auch eine Volkshochschule ging um abends dann den Realschülerabstand aufzuholen wo ich dann noch an einem Abendgymnasium an Weiterbildungskolleg an einem Abendgymnasium das war Abitur nachgeholt habe wenn ich da sehen wie sozial da die Leute sind wie nett die Lehrer da waren das war so ein Kulturschock für mich schon fast als ich dann am Abendgymnasium ging die Leute waren tausendmal umgänglicher und viel sozialer als das was ich da äh anderswo erlebt habe wenn man versteht was ich meine war viel viel umgänglicher und Leute waren auch viel von hilfiger es waren nicht Lehrer die ihre Position ausgenutzt haben die sagen ich Chef du nix ich Lehrer du Schüler ich groß du klein ich hab studiert du nicht ich alles du nix und du kannst nix dagegen machen dass sich da keiner drauf runter holt auf einer anderen Position dazustehen als der Schüler selbst das sind einfach nur Leute die einfach auf du und du Menschen wie du und die einfach auf Augenhöhe sich begegnen und wenn was ist dass man denen das auch sagen kann ohne irgendwelche Befürchtung haben zu müssen dass alle anderen irgendwie ausquatscht was mir leider passiert ist also so eine Zeit wie die von Pizumi zum Beispiel hatte ich leider nicht wär schön gewesen ich wollte das auch so eine Zeit aber ne wir hatten so eine Spießbürger also alles muss immer humorlos und spießig sein oh gut schluck auf schluck auf Kuss also muss spießig sein diese 50er Jahre die leben ihren Kopf irgendwo in den 50ern spießig bis zum geht nicht mehr richtig toternst spießig und wenn man einfach mal ein bisschen was so einen Witz machen will einfach mal ein bisschen so ein bisschen lustig sein bisschen mal ein bisschen Katzenmann von einem Witz reißen und irgendwas Jungs manchmal so halt machen und dann halt mal ein bisschen frotz zählen da einfach mal so der das und das gesagt bleiben und so ja was manchmal in so einem alter manchmal müssen manchmal mal ein bisschen mal faxen machen so weiter aber bei ihr so nur boxen nicht hör bitte auf und musst du länger bleiben sonst musst du nachsitzen sonst musst du dürfen das und das man da wird man nur wenn man junger ist nur weil man da wurde man einfach fürs jungs sein gemaßregelt nur weil man so ist wenn man ist wird man auch immer gemaßregelt und die größten arschliche in der klasse werden auch noch für ihre aggressive haltung anderen leuten gegenüber noch belohnt ich wurde teilweise auch schon massiv angefeindet von anderen leuten wegen gewisser vorkommen ist ja auch komisch auf die ich hier nicht näher eingehen möchte das selbst kleinste schusseligkeiten das kleinste piz zwischenmenschliche zwischenmenschliche schusseligkeiten so persönlich genommen werden dass man man müsse gleich und müsste gleich die polizei oder sowas holen zum beispiel sowas ist mir leider auch schon passiert dass man mir gleich noch mit irgendwie mit sowas gedroht hat es war nix weiter daraus passiert aber man hat mit dem teil schon mit sachen gedroht das schießt man mit kanonen auf spatzen sachen die völlig unverhältnis wird da wird man teilweise wirklich bedroht von anderen landen und man teilweise für völlig völlig unverhältnismäßig wie scheiße auch einmal aufgeheizt bekommt habe ich ein schüler also der hauptschule ist nix dagegen noch schul ist ja mal so da ist noch das ist noch er ist noch harmloses vorgeplänkelt das ist noch alles es ist noch alles wo man sagen kann ist auch noch total normal aber was ich erlebt aber an einer anderen schule es war so eine scheiße weißt du das ist das ist das ist grauenhaft was man mir teilweise eingestellt hat mir fehlen einfach die worte dafür ich sollte mal auf mal kurz hier ab wir könnten ja mal die waldhöhle strandhöhle das ist nur noch ich könnte mal hier so rum ich könnte dann mal eine mobile also immer mal so eine mobile nee auf jeden Fall was er singen um Die mobile Werkbank? Ja, die mobile Werkbank? Hab ich denn alles? Obwohl, das ist keine schlechte Idee. Wenn ich... Ne, ich bereite mich ein bisschen vor. Ich hab grad... Ich war grad im Kopf ein bisschen hier, weil ich hier so... ... in Gedanken war, wenn ich hier ganz was ich vorhin gesagt hab, war ich grad wieder ein bisschen... ... schweigsam. Es raubt mir manchmal einfach die Nerven. Also, ob ich das hier, ob ich das hier überhaupt brauche, das ist die Frage. Warum nehme ich das eigentlich mit? Also... So. Ich geh mal kurz auf Tour. So, also, ich geh mal hier auf Tour und... Ne, erstmal... Ich geh mal ein bisschen Eisen mit. So. Ähm... So. Ach ja. Was ist denn von... Kann ich eigentlich dann lieber einen Ofen machen? Dann nehme ich mal einen Ofen. Das war eigentlich der Plan. Insofern, dass ich mir was zusammenschmieden muss. so auf jeden fall jetzt gehe ich mal hier lang und dann kommt immer die gegend aber erstmal muss ich mal gucken so auf jeden fall hier nach unten und dann hier lang so dann gehen wir mal diese richtung münchen ja donald duck ich habe nicht donald duck sondern donald duck also deutsch ausgesprächende vorname der nachname ist dann englisch ausgesprochen naja gut kannst du dann auch früher spieler wenn es darauf ankommt wegschmeißen ist ja nicht so als wenn ich das immer behalten täte was ist das denn hier apatien zeugnisse apatii 2 was das hier schmetterlings wieder so auf jeden fall worum solltest du sollen ich keine ahnung und das ich weiß ich weiß ja jetzt